Leute, ich weiß nicht, was sich Google dabei gedacht hat, aber wir haben jetzt Punkt Zip Domains und ja, Hacker lieben die Dinger. Okay, also ich zeige euch heute mal, wie dieser Angriff mit Zip Domains funktioniert und ihr sagt mir dann in den Kommentaren, wie zur Hölle man Privatpersonen, die nicht Informatik studiert haben, auf sowas vorbereiten soll. Okay, starten wir kurz rein. Ihr könnt eine Zip Domain einfach kaufen. Und 1337.zip ist übrigens schon weg. Ich habe geguckt und 1437.zip gibt es für 71 Euro. Ja gut, ist jetzt nicht die Welt, also pro Jahr. Ist jetzt nicht unbedingt mega teuer und ja, damit kann man wunderbare Angriffe fahren. Ein kleines Beispiel. Wir haben hier die Domain yourwife.zip und die wirft immer ganz lustige Fehlermeldungen hier. Okay, der ist gut. Und ja, ich zeige euch mal eben, wie man damit was machen kann. So, ich habe hier jetzt einfach mal kurz Wikipedia ein bisschen zweckentfremdet. Nicht wundern, das ist immer noch, also ich habe einfach nur den Code hier nebenbei offen. Und ja, ich brauche den Platz, deswegen ist hier keine Kamera mehr von mir. Deswegen, ja, lasst uns mal ganz kurz rein starten, wie eigentlich so eine URL aussieht. Also wir haben hier https www.google.com.search. Das sieht man hier an diesem A-H-Ref, ja. Das ist einfach, also das ist einfach ein Link in einer Webseite, sieht normalerweise so aus. Wenn wir drüber havern, sehen wir das. Und vor allem sehen wir hier unten, sehen wir hier unten, jetzt haben wir das Ganze. Wir sehen unten links, ja, da wo jetzt, da unten, hier steht google.com.search. Ihr kennt das nun auch im Browser, wenn ihr den Link hovert, dann seht ihr, wo euch der hinbringt. Im Endeffekt kann ich hier aber reinschreiben, was ich möchte, was ich möchte. Und ja, dann steht hier aber trotzdem noch, wo es mich hinleitet. Und in dem Fall leitet mich das zu google.com.search. Der Link funktioniert nicht ganz, weil ich hier theoretisch noch was hinter die Search anhängen müsste. Also sowas wie ein Suchparameter. Dann wird die URL schon ein bisschen komplexer. Und wir machen das jetzt einfach mal. Ich werde das jetzt einfach mal als HTML editieren. So, search?q ist gleich, also das kann dann jede Webseite für sich bestimmen, Test. Und ich kopiere mir das jetzt mal, damit wir auch den Link da drüben in groß sehen. Damit ihr wisst, was ich da eigentlich gerade mache. So, also das leitet mich jetzt zu einer Google-Suche mit Test. Ich komme bei Stiftung Warentest raus, weil die gesponsert sind oder so. Ne, sind sie nicht. Aber auf jeden Fall bin ich halt da. Ist jetzt relativ normal. So, ich kann so viele von diesen Parametern reinpacken, wie ich möchte. Ich kann sogar noch ein Fragment hinten dran machen. Das ist alles nicht so wichtig. Ich kann hier theoretisch auch noch ein Port reinmachen. Brauchen wir auch nicht für den Angriff. Was wir für den Angriff brauchen, ist was Ungewöhnliches. Und zwar das Ad-Symbol. So, Ad-Symbole wurden klassischerweise dazu genutzt, um sich anzumelden. Also früher mal, irgendwann. Das ist schon sehr, sehr lange her. Und diesen Standard, den gibt es seit, keine Ahnung, wirklich lange. Ich könnte jetzt nachgucken, aber sehr lange auf jeden Fall schon da. Normalerweise war das sowas wie Username, Doppelpunkt, Password, also bitte besser, ja. Ad, Google.com, Slash Search, Fragezeichen, Q gleich Test, ja. Das war das, was mir normalerweise hier, ähm, dieser Ad-Parameter eigentlich gebracht hat. Und das sieht dann so aus. Also, ich, das ist immer noch ein valider Link, ja. Aber es wird halt einfach von Google ignoriert. Normalerweise wurde das früher eben benutzt, damit ihr euch einloggen könnt. Ihr kennt das vielleicht noch von sehr, sehr früher, je nachdem, wie lange ihr schon im Netz unterwegs seid. Die Dinger sind aber eigentlich obsolet geworden. Niemand nutzt das mehr, weil sie natürlich unsicher sind. Ich meine, wenn man das Passwort in der URL übergibt, brauche ich euch nicht erzählen, ist jetzt nicht die beste Idee dafür. So, und, jaja, jetzt haben wir, ähm, Zip-Domains. Und jetzt gibt es einen neuen Angriff und der ist problematisch. Also, ich zeige euch das mal. Jetzt werde ich ja hier zu Google.com weitergeleitet, okay. Jetzt, ich lasse das mal stehen und wir kopieren uns einfach diese, diese beiden HTML-Elemente, Duplicate Element. Und, ähm, da muss ich noch ein BR hinten dran packen, damit wir auch was sehen können hier. Na, komm schon. So intelligent kannst du auch von selber sein. So, okay. Also, ähm, wenn ich diesen Link jetzt hier ein kleines bisschen editiere und nicht Username-Password-at-Google.com schreibe, sondern, sagen wir mal, bing.com-at-Google.com. Und dann machen wir einfach mal, machen wir einfach mal die Search hinten dran weg. Ja, machen wir einfach mal nur so. Bing.com-at-Google.com. Diesen, äh, diese Idee gab es schon sehr viel länger. Also, ne, diesen Link, der ist schon sehr, sehr lange gültig. Und wohin leitet mich das? Naja, natürlich zu Google. Warum? Weil das hier vorne wird als Login interpretiert. Das ist quasi jetzt mein Username-Doppelpunkt-Passwort, beziehungsweise eigentlich nur mein Username, weil ein Passwort habe ich mit Doppelpunkt nicht angegeben. Also wird hier angenommen, aha, der User mit dem Namen bing.com und keinem Passwort möchte sich bei Google.com anmelden. So, das ist quasi die Idee. Das ist also mein Link. Und dahin leitet mich das Ding auch. Ihr seht hier unten, das leitet mich einfach nur zu Google.com, weil, naja, diese Information hier vorne wird einfach weggeschmissen. Gut. Gut, aber ist es nicht ein bisschen problematisch? Naja, es gibt eigentlich auch Sicherheitsmaßnahmen dagegen. Und zwar, wenn ich, ähm, wenn ich einen Slash benutze, dann funktioniert das Schema hier ja nicht mehr. Also, Username, Passwort kann ich nicht mit Slashes kombinieren. So, das mache ich jetzt mal hier. Ich nehme mir diesen Username Google, bla, 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 mit dem Slash Search und dem, lassen wir das Fragezeichen Q irgendwas weg. So, und ich nehme das jetzt hier und sage, Edit Attribute. Wir nehmen hier nicht Passwort und User at Google.com, sondern wir nehmen Google.com Slash Search at Bing.com zum Beispiel. Jetzt müssen wir es leider umdrehen. Und, ähm, achso, das wollte ich noch hier reinschreiben, damit ihr das natürlich auch hier seht. So. Okay, was passiert jetzt? Na ja, Google.com Slash Bing würde theoretisch als Username interpretiert werden. At Bing.com wäre dann meine Domain. In dem Fall geht das aber nicht, sondern ich werde hier weitergeleitet auf Google.com Slash Search at Bing.com. Weil ein Slash ist hier nicht unterstützt. Slashes im Username oder im Passwort werden nicht mehr unterstützt. Cool. Das bedeutet ja eigentlich, habe ich kein Problem mehr mit dem Ad. Das ist dann einfach in meiner URL und Google.com wird ja schon wissen, achso, ja gut. Ja, dann ignoriere ich das einfach, das Ad, beziehungsweise ich finde halt die URL nicht. Denkt man sich jetzt. Der Angriff geht hier noch ein bisschen weiter, weil ich habe jetzt ein normales Slash getippt. Und hier müssen wir jetzt kurz in Unicode ein bisschen durchstarten. Dazu habe ich mal drei Sachen vorbereitet. Lass mich das kurz rüberholen. In URLs haben wir eigentlich nur den Schrägstrich. Der wird hier akzeptiert. Das ist dieses Ding hier. Der Schrägstrich hat den Unicode Code 002f. Das ist der normale Slash, den wir hier auch kennen. Das Ding kann ich hier also einfügen und es funktioniert. Und es passiert genau das, was wir jetzt hier haben. Es gibt aber per Unicode noch zwei andere Slashes. Das sind diese beiden hier. Einmal den Bruchstrich. Das ist, wenn ich quasi zwei Viertel oder drei Viertel oder ein Halb oder sowas schreiben möchte, dann nehme ich den Bruchstrich normalerweise. Und es gibt noch einen Divisionsstrich. Also wenn ich geteilt durchrechne. Die sehen nicht gleich aus, aber fast. Und jetzt kann ich mir einfach diesen hier nehmen, kann den hier reinpacken. Also ihr seht auch, der ist ein bisschen schiefer. Kann den hier einfach kopieren und kann den mal in meine URL reinpacken. Und wir schauen mal, was dann passiert. So. Wir machen hier den Divisionsslash. Und jetzt sieht man schon, das sieht man echt nicht gut. Und hier mache ich das auch mal rein. So. Okay. Und jetzt haben wir hier eine leicht deformierte URL, zumindest wenn wir sie so anzeigen. Aber ich meine, wer zeigt das so an? Und wenn ich das mache, werde ich zu Bing.com weitergeleitet. Ja. Also nicht mehr zu Google, weil jetzt dieser Buchstabe hier, dieses Zeichen, dieser Divisionsslash, ist in meiner URL erlaubt. Und plötzlich wandelt sich dieses Google.com slash search at Bing.com zu einem Bing.com Link. Weil das hier vorne wieder als Username interpretiert wird. Und was kann man da wohl mit Zip-Domains machen? Also das ist schon seit längerem problematisch, wenn ihr mich fragt. Jetzt haben wir ja Zip-Domains noch gar nicht benutzt. Jetzt hat mir jemand aber einen sehr, sehr schlauen Link geschickt. Einer von euch aus dem Chat. Und den will ich einmal ganz kurz vorstellen. Das ist jener Link, den ihr mir per Chat, ich meine es so auf Instagram geschickt habt. Ich habe mir das abgespeichert in meiner To-Do-Liste. Und ja, ihr seht hier auch schon, die haben hier auch diesen nicht echten Slash, sondern den etwas anderen Slash benutzt. Und haben hier github.com slash kubernetes slash kubernetes slash archive slash refs slash tags at v1.27.1.zip gemacht. Hm. Ja, na? Ihr versteht, glaube ich, worauf ich hinaus will. Jetzt ist nämlich github.com slash kubernetes slash kubernetes slash archive slash refs slash tags slash einfach nur ein Username, aber jeder Mensch würde denken, dass das Ding hier ein echter Link ist. Das ist aber nur der Username und los geht die URL eigentlich erst bei at v1.27.1.zip. Denn was passiert mit Punkten in einer URL? Naja, ihr schaut einfach mal nach unten. Ich werde weitergeleitet auf v1.27.1.zip. Das bedeutet für mich, ich werde auf die Domain v1.27.1.zip weitergeleitet. Das hier vorne dran sind Subdomains. Und die schauen wir uns auch mal ganz kurz an. Wir hatten hier bislang keine Subdomains. Ich kann aber in einer normalen URL jederzeit eine Subdomain hinzufügen. Ihr kennt das auch alle. Hier vorne, okay, da haben wir keine. Da haben wir auch keine, verdammt. Ihr kennt das. Sekunde. Hier, die erste Seite, wenn ich Wiki eingebe, tatsächlich. Wiki.manjaro.org. So, manjaro.org ist die eigentliche Domain. Wiki. ist einfach nur eine Subdomain vorne dran. Ich kann so viele Subdomains haben, wie ich möchte. Ich kann hier 1.wiki.manjaro.org haben. Ich kann hier so viele Punkte vorne dran haben, wie ich möchte. Am Ende ist nur wichtig, manjaro.org, alles andere findet auf dem Server vorne dran statt. Und der kann das so einstellen, wie er möchte. So, und was jetzt hier also bei dem Angriff passiert, ist folgendes. Wir sagen, aha, wir haben github.com slash kubernetes bla 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 als Usernamen auf der Domain v1.27. Das ist einfach die Subdomain. Also v1 ist eine Subdomain von 27, ist eine Subdomain von. Und das ist die eigentliche URL. Die eigentliche URL besteht nur aus 1.zip. Das ist der eigentliche Link. Die eigentliche Website, also quasi google.com. Das ist einfach nur 1.zip hier. Das ist alles. Und ich kann mir solche Namen wie 1437.zip registrieren. 1.zip ist halt schon weg. Das hat sich irgendjemand sehr, sehr schnell, sehr, sehr Schlaues geschnappt. Und die ist schon lange weg. Aber ich könnte theoretisch das benutzen. Und das Problem an diesem Link hier ist offensichtlich, dass der richtige Link github.com slash kubernetes archives bla 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 hat auch dieses Punkt zip hinten dran. Ich habe hier mal den richtigen Link für euch. So, das ist der echte Link zu Kubernetes zum Downloaden. Kubernetes ist ein Tool für Informatiker, wenn sie Sachen skalieren wollen. Ich habe leider noch kein Tutorial dazu, aber ich würde gerne. So, ihr seht den einzigen Unterschied und das auch nur, weil ich so hart rangesoomt habe, dass man das sehen kann, sind diese Slashes hier. Der Slash hier oben ist halt ein Divisions-Slash. Ich habe euch das ja gerade gezeigt. Und das hier ist ein normaler, echter Slash, der auf github.com geht. So, das kann ich eigentlich nicht erkennen. Und wie gesagt, normalerweise sieht man das ja auch nicht. Normalerweise sieht man das, was eben angegeben werden soll. Das sieht man im Text nicht. Vor allem, wenn man eine andere Schriftart benutzt, ist das einfach nicht zu erkennen. Okay, das Einzige, was man hier noch sehen kann, ist ein Add hintendran. Und das ist das einzige Zeichen, das man wirklich hier unterscheiden kann. Und dieser Link hier unten, ihr seht es hier unten bei der Referral, bringt mich zu v1.27.1.zip. Und dieser Link hier bringt mich zu github.com und zu Kubernetes. Und zwar zum echten Kubernetes. Ups, das wollte ich nicht runterladen. Aber ihr versteht, was ich meine. So, und ja, ihr habt mir diesen Link geschickt. Vielen Dank dafür. Das geht aber natürlich überall, wo man eine .zip runterladen kann. Und das ist speziell auf github.com natürlich jetzt ein richtig fettes Problem, weil dort lade ich mir ja regelmäßig .zip-Dateien runter, die halt einfach das komplette Archiv sind, das ich dann ausführen möchte. Ja, also, das ist der Angriff. Und ja, jetzt, wo wir uns das hier angeguckt haben, sagt ihr mir bitte, wie man das normalen Menschen beibringen soll. Wie man ihnen sagen kann, ey, klick am besten auf keinen Link mehr, weil es ist völlig unmöglich, dass du weißt, ob es Phishing ist oder nicht. Weil ich kann nicht erwarten, dass Menschen wissen, was ein Ad eigentlich tut. Dass Menschen checken, ob das jetzt ein Divisions-Slash ist oder nicht. Das ist einfach nur ein Albtraum für sehr, sehr viele Menschen. Und ja, ist schon länger ein Problem mit diesen Ads. Aber das mit .zip-Domains nochmal zu kombinieren, ist einfach nur komplett broken. Ich wünsche euch einen spannenden Tag und bis zum nächsten Mal. Tschau's. Tschau's.